Jetzt komme ich ja aus dem Automobilbereich und wenn du dann so ein Audi, BMW oder Mercedes hast und du machst die Türen zu, genau so hört sich das an. In dieser Box befindet sich der eGrid One. Den packen wir jetzt mal gemeinsam aus und schauen uns mal den E-Scooter an. Und ja, hier gibt es noch eine ganze Menge anderer E-Scooter. Das heißt, wir können ihn auf jeden Fall gut vergleichen. Was bringt er denn an Innovationen mit und was macht den eGrid One so besonders? Es gibt auf jeden Fall praktische Tragegriffe hier. Das ist Minimalismus pur, was Verpackungsmaterial betrifft. So gefällt mir das. Lass uns mal schauen, was im Lieferumfang enthalten ist. Zum einen die Datenbestätigung für unser Kennzeichen. Alles schön verpackt hier. Dann gibt es eine Schnellanleitung, eine große Bedienungsanleitung mit Serviceheft und allem drum und dran. Bebildet in Deutsch und in Englisch. Dann gibt es noch ein Hinweisblatt zu der Schäffler Bremse. Bremssystem Schäffler B-Safe. Konzentrischer Bremszylinder. Dann gibt es auf jeden Fall noch ein Toolset. Brauchen wir gleich, um den Roller zusammenzubauen. Unsere Schlüssel, die brauchen wir zum einen, um das Akkufach zu öffnen und zum anderen ist das für unser Schloss gedacht. Denn wir können unseren Roller ja anschließen. Eine Ventilverlängerung. Dann unsere Schlossöse. Ihr habt hier ein integriertes Rahmenschloss. Das führt er dann ein, verriegelt. Und dann seht ihr schon, dass ihr hier genügend Platz habt, um da euer Schloss durchzuführen, um euren Roller sicher anzuschließen. Einen Euro-Stecker für unser Ladegerät. Und zu guter Letzt natürlich unser Ladegerät. Schaut euch mal diesen Stecker an. Geladen wird hier mit 3 Ampere. Verbaut ist hier ein 14 Ampere-Stunden-System. Bedeutet, in gut 5 Stunden ist euer Roller wieder voll. Lieferumfang ist erstmal richtig lecker. Gut verpackt. Alles dabei, was es braucht. Und jetzt bauen wir erstmal einen Lenker an. Aber ganz ehrlich, die sind schon extrem detailverliebt. Schaut mal hier. Ein Schlüsselanhänger von eurem Equid One. Das ist doch mal cool. Hier steht jetzt unser Equid One. Preis 1799 Euro. Das Ganze kam richtig gut verpackt daher. 5 Minuten Aufbauzeit. Sehr innovatives Fahrzeug. Zumal wir ja Spiralkabel jetzt hier in dem höhenverstellbaren Lenker versteckt bekommen haben. Damit dieser Roller einen komplett cleanen Look bekommt. Ja, schwer. 23,8 Kilogramm. Zuladung 125 Kilogramm. Wir haben einen federgelagerten Hauptständer. Das heißt, wenn ich den Roller jetzt anhebe, dann klappt der Ständer automatisch ein. Finde ich super praktisch. Der Roller macht wirklich was her. Extrem clean. Lass uns mal schauen, was jetzt so die technischen Raffinessen sind vom Equid One. Und dann wollen wir im nächsten Step natürlich auch rausgehen und damit fahren. Da gibt es aber nochmal ein separates Video. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Specs und Details an. Freunde, der Rahmen besteht komplett aus Magnesium. Ist 33% leichter als ein vergleichbarer Aluminiumrahmen. Es gibt hier keinerlei Leitung, keine elektrischen Kabel, keine Baudenzüge, nichts. Alles verschwindet clean im Fahrzeug. Ja, also extrem innovativ, extrem clean und vor allem kein Copy-Paste-Design. Dieser Roller ist wirklich eigenständig entwickelt und mit Liebe zum Detail auf den Markt gebracht worden. Der E-Scooter verfügt über einen Spritzwasserschutz IPX5 und der Akku sogar IPX7. Und das ist schon wirklich High Class. Und vor allem auch vergleichbar mit unserem Equid X Plus. Wir haben eine 11 Zoll Pirelli-Bereifung. Das Ganze mit verstärkter Karkasse. Der Fahrwerkskomfort wird hier komplett über die Bereifung generiert, weil wir keine Fahrwerkskomponenten haben. Das heißt, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier eine gewisse Höhe haben. Ihr ein bisschen vielleicht auch mit dem Luftdruck variiert, je nachdem, in welchem Gelände ihr unterwegs seid. Aber überlegt euch mal eine Pirelli-Bereifung für einen E-Scooter. Das ist schon echt verrückt. Ey, das ist so krass. Wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, ich fahre hier den AMG. Den AMG. Und der hat Pirelli-Reifen. Und der hat dann meinetwegen die krasseste Schäffler-Bremse. Würde ich es ja verstehen. Aber bei einem E-Scooter, es ist so absurd geil. Weil es einfach so übertrieben gut ist. Das muss man einfach dazu sagen. Man hat sich wirklich Gedanken überlegt. Okay, wir setzen dem Ganzen nochmal wirklich die Schippe obendrauf. Und jedes Mal werde ich von Neuem überrascht. Also der Equid X und Equid X Plus war schon heftig. Aber der Equid One hat hier schon wieder so ein paar Innovationsformen, wo ich mir denke, boah, krass. Du siehst halt nichts. Das Ding ist so clean, wirklich. Da kannst du mit dem Lappen rüberstreicheln. Du bleibst nur noch im Vorhang. Weil du hast ja keine Kabel, du hast nichts, was da irgendwie stören könnte. Unser Equid One verfügt außerdem über Schäffler-B-Safe-Bremsen. Schäffler ist ein deutsches Unternehmen. Die Bremsen sind hier komplett in den Felgen integriert, die ebenfalls nochmal zweigeteilt sind. Das ist ein wartungsarmes System, was mehrere tausend Kilometer keiner Wartung bedarf. Wir haben außerdem Schutzbleche aus Kunststoff. Und ich finde auch, dass sie die schön langgezogen haben, sodass wir uns unseren E-Scooter jetzt nicht vollmorten, falls wir mal durchs Gelände fahren sollten. Also wenn wir Roller testen, dann sehen die danach tatsächlich so aus. Nur mal so. Zusätzlich haben wir noch ein integriertes Rahmenschloss. Das kennt ihr schon vom Equid X und Equid X Plus. Mega praktisch. Zum einen könnt ihr jetzt hier diese Öse direkt verwenden, um dann das Schloss hier durchzuführen. Oder ihr benutzt das Equid Made by Texlock Schloss, was man speziell für Equid und halt eben dieses Rahmenschloss entwickelt hat. Also super praktisch und ihr könnt den Roller überall anschließen. Jetzt ziehe ich den Schlüssel hier ab und stecke ihn mal hier unten rein. Und siehe da, was passiert. Genau, ihr könnt jetzt hier oben die Abdeckung abnehmen, die übrigens auch komplett aus Magnesium gefertigt ist. Schaut euch das mal an, ja. Man hat den Schriftzug eingearbeitet. Es ist schon wieder so gut gemacht. Hier vorne rastet das ein, wird verriegelt. Und dann seht ihr hier schon unseren Akku. 48 Volt, 14 Ampelstunden, 672 Wattstunden. Mit so einem integrierten Tragegriff, damit ihr das Ganze jederzeit rausnehmen könnt. Super clean gemacht. Schaut euch mal den Controller mit den Kühlrippen an. Ihr könnt jetzt hier den Stecker rausnehmen. Das ist ein bisschen fummelig, finde ich. Und jetzt einfach den Akku rausnehmen. Thema erledigt. So sieht das Ganze jetzt aus. Wiegt auch nicht so viel. Da sind auf jeden Fall Samsung-Zellen verbaut. Das kann ich euch schon mal sagen. 14 Ampelstunden bis zu 65 Kilometer Reichweite. Und dann habt ihr hier ein super cleanes Gehäuse. Und dadurch, dass dieser Akku halt eben gekapselt ist, die Stecker natürlich nochmal in sich jetzt hier mit Schraubverschlüssen versehen sind, habt ihr hier hinten zwar ein Loch, aber das dient tatsächlich dazu, dass wenn sich hier mal Wasser ansammeln sollte, das Wasser auch ablaufen kann. Wirklich IPX7 für den Akku, IPX5 fürs gesamte Fahrzeug. Das ist der Oberknaller. So, jetzt muss ich als Grobmotoriker nur gucken, dass ich den Stecker hier wieder raufbekomme. Aber hat funktioniert. Laden könnt ihr das Ganze natürlich auch mit dem dazugehörigen 3 Ampere Ladegerät. Hier ist die Ladebuchse. Und auch hier wieder. Also das steckt nicht einfach nur drauf. Das saugt sich förmlich an jetzt hier. Die Ladebuchsenabdeckung. Das schreit eigentlich danach, dass wir da mal den Gratenschlauch reinhalten. Aber ich klemm's mir lieber. Jetzt komm ich ja aus dem Automobilbereich. Und wenn du dann so einen Audi, BMW oder Mercedes hast und du machst die Türen zu, genau so hört sich das an. Bei dem Motor handelt es sich um einen Brushless-Motor. 48 Volt, 500 Watt, Nennleistung, 1000 Watt Spitzenleistung bei 35 Newtonmeter. Wir haben außerdem durchgezogene Schutzblecher aus Kunststoff. Die sehen richtig gut aus. Und am coolsten finde ich wirklich dieses umrahmte Kennzeichen mit dem LED-Rücklicht samt Bremssichtfunktionen. Das sieht doch mal fresh aus. Und nicht zu vergessen diese Gummilippe hier. An der Längsäule befindet sich noch ein kleiner Haken. Da könnt ihr Einkäufe bis zu 1 Kilogramm ranhängen. Jetzt kommen wir zu einem Highlight, denn ihr könnt den Lenker noch in der Höhe einschalten. Super einfach, super praktisch. Lösen, rausziehen, festmachen, fertig. Und seid ihr dann erstmal am großen, breiten Lenker angekommen, verfügt dieser auch über Lenker in Blinker, die zum einen nach hinten und einmal nach vorn abstrahlen. Hinten haben wir jetzt keine Blinker, aber dadurch, dass der Lenker so breit ist, werdet ihr trotzdem im Straßenverkehr gut wahrgenommen. Ergonomische Handgriffe runden das ganze Konzept jetzt noch ab. Und man kommt auch sehr gut an die Bremse, die einen guten Druckpunkt bietet. Die Bedieneinheit für unser Display ist echt der Oberknaller, weil sie halt einfach mal nahtlos ist. Das geht alles in einem Guss über. Fahrstufen plus minus. Dann hier die Hupe. Okay, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber doch ziemlich laut. Und unsere Tasten für die Blinker rechts und links. Und nicht nur das Bedienfeld auf der linken Seite. Nein, auch der Daumengashebel sieht extrem innovativ aus. Hat hier so eine kleine Ausbuchtung, sprich ergonomisch geformt für meinen Daumen. Das fühlt sich extrem wertig an. Also alles an diesem Roller fühlt sich extrem wertig an. Ja, selbst wenn du dir nur die Schrauben anguckst, die natürlich in schwarz gehalten sind und eben nicht in Silber, damit das alles zum Stil von dem Fahrzeug passt. Also von vorne bis hinten komplett durchdesignt. Hinzu kommt jetzt noch unser 40-Lux starkes LED-Vorderlicht. Oben nochmal mit dem Schriftzug von E-Grid, der auch durchscheint, wenn man das Licht anmacht. Das sind einfach genau diese Details. Reflektor vorn und die Hupe befindet sich dann direkt darunter. Außerdem haben wir noch eine USB 2.0 Ladeboxe. Geladen wird hier mit 3 Ampere. Und darüber befindet sich dann direkt unser On-Off-Taster. Hier könnt ihr also den Roller ein- oder ausschalten. Und natürlich verfügt unser E-Grid One über ein 3,5 Zoll TFT-Display. Also das kann man erstmal super ablesen, hat eine schöne Größe. Ihr seht hier zum einen, ob das Licht an ist und welcher Fahrstoff ihr seid, Eco, Tour oder Sport. Ob wir mit Bluetooth via Handy verbunden sind. Die Geschwindigkeit als große Zahl auch dargestellt. Dann ein Kreissymbol für unseren Akku mit einer Prozentanzeige und Restreichweite und Trip. Jetzt könnt ihr mit der Plus-Minus-Taste, die einfach gedrückt halten, euren individuellen Pin eingeben. Bei mir ist das jetzt 4 mal die 0. Einfach mit der On-Off-Taste bestätigen. Dann kommt ihr ins Untermenü. Ob die Pinsperre aktiviert sein soll, ob ihr den Pin ändern möchten. Die Helligkeit jetzt hier vom Display würde ich bei 100% erstmal belassen. Sprache, Einheit, Bluetooth, Bluetooth-Pairing. Da geht es nochmal um das Thema App. Informationen, zum Beispiel jetzt hier welche Firmware, Software wir jetzt drauf haben auf unserem E-Grid. Dann 6 Kilometer. Also ob der Roller nur 6 kmh schnell fahren soll. Das könnte man jetzt hier auch einstellen. Das können wir gerade machen. Dann schalte ich mal auf ein. Gehen wir auf verlassen. Und dann könnt ihr hier unten direkt auf verlassen gehen. Und jetzt seht ihr schon. Dass wir jetzt hier noch diesen 6 kmh Modus gerade aktiviert hatten. Du aber trotzdem in Eco, Tour oder Sport umswitchen kannst. Das ist eher so eine Art Schiebehilfe. Wichtig ist, bauartbedingt dürft ihr trotzdem nicht mit 6 kmh auf dem Gehweg fahren. Das dient dann eher so als Schiebehilfe. Dass man sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr fahren. Ich schiebe ihn und lasse mich hier einfach ein bisschen unterstützen. Also coole Funktionen. Richtig fresh der Roller. Super aufgeräumt. Ich bin schon gespannt, wie sich der Equid One fährt. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, euren Equid One mit der App zu verbinden. Diese einfach im Apple und Android Store runterladen. Dann geht ihr bei eurem E-Scooter in den Pairing Modus. Geht in der App auf Suche. Jetzt wurde mein Equid One schon gefunden. Jetzt loslegen. Und schon verbindet sich die App mit dem E-Scooter. Jetzt solltet ihr noch die Seriennummer scannen. Das mache ich mal schnell. Jetzt seht ihr auch schon euer Dashboard. Die Informationen sind recht übersichtlich. Die wichtigste Funktion ist hier, den Roller zu sperren oder zu entsperren. Ihr könnt euch über Hardware, Software informieren. Und im Menü findet ihr noch Infos zum Support, falls ihr eine Frage haben solltet. Oh ja, Freunde. Der Equid One für 1799 Euro. Durchdesigned bis zum geht nicht mehr. Da hat man ja wirklich auf jedes Detail geachtet. Ähnlich mit einem modularen Akkusystem. 48 Volt, 14 Amperestunden. Magnesiumrahmen, IPX5, IPX7 für den Akku sogar. Klapper, integriertes Schloss, Schäffler-Bremsen, 500 Watt-Motor. Das Rücklicht alleine ist schon so übelst geil mit dem Bremslicht. Ja, wir haben jetzt keine Fahrwerkskomponenten. Das mag sein. Aber wer sich für so einen Roller entscheidet, der weiß das eben auch und holt sich den Komfort über die 11 Zoll Pirelli-Bereifung. Und hinzu kommt natürlich noch eine Lenkerhöhe, wo du locker und tiefenentspannt hier auch einen Basketballer oder eine Basketballerin draufsteigen kannst bis 2,10 Meter. Also zwischen 1,50 Meter und 2,10 Meter ist auch kein Problem. Du kannst den Roller fahren. Du hast ja eine Zuladung von 125 Kilogramm. Dazu wirklich, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Die Bedienelemente, der Gashebel, das TFT-Display, die Lampe vorne mit dem Schriftzug, der durchscheint. Ich finde den Roller einfach nur gut. Ich finde es einfach nur gut, weil man sich Gedanken gemacht hat und man spürt einfach, dass hier extrem viel Liebe drin steckt. Und E-Grid ist eben auch das Thema Service extrem wichtig. Das heißt, wenn ihr ein Problem habt, dann habt ihr auch einen Ansprechpartner in Hamburg. Man hilft euch weiter. Der Roller wird repariert. Und darum geht es am Ende auch. Nicht nur einen Roller verkaufen und sagen, hier, das Ding ist weg und nichts mehr gehört, sondern dann eben auch für den Kunden da zu sein und den Service und auch die Ersatzteile zur Verfügung zu stellen. Das ist der mit Abstand cleanste Roller, den ich persönlich bisher gesehen habe. Auch was den Controller betrifft und den Akku, dass du im Prinzip keine Kabel mehr großartig hast. Aufgeräumter geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Krass. Jetzt muss man auch noch auf der Straße überzeugen. Es gibt jetzt hier wenig Kontrast. Ich finde, es gibt viele Pros, weil, wie gesagt, wir vergleichen ja sehr, sehr viele Roller und jedes Fahrzeug hat irgendwo seine Daseitsberechtigung. Und es gibt User da draußen, die finden halt eben eher eine Hilde geil, weil die voll gefedert ist. Dann gibt es Leute, die finden eher ein Equid X Plus gut, weil er die 1200 Zoll Bereifung hat. Und dann gibt es die Leute, die sagen, okay, aber der V-Max, weil der hat den Punch und die Power. Ja, klar. Und dann wird es die Leute geben, die sagen, ich finde hier ein modulares Akkusystem geil und Magnesiumrahmen. Und durchdesignt und keine Kabel und die Schäffler-Bremse. Wow. That's it. Ist tatsächlich so. Glaube ich auch. Lasst uns den Roller fahren, lasst uns Spaß haben und dann werden wir auf jeden Fall resümieren können über den Equid One. Macht ihr jetzt bitte nur noch eins. Klickt ein Liken, abonnieren. Lasst auch gerne mal eine Kanalmitgliedschaft da. Wir freuen uns. Wir werden immer mehr. Die Helden-Community wächst. Jeden Freitag gibt es auf jeden Fall auch einen Livestream von unserer Seite aus. Verpasst das also nicht. Abonniert gern noch die Glocke, dann seid ihr mit uns auf dem Laufenden. So, das war's. Genug geschnackt. Weiter geht's. Als nächstes fahren wir den Roller. Aber ihr könnt jetzt erstmal schreiben, was ihr von dem Equid One haltet, unten in der Kommentarfunktion.